Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video in unserer Fusion Grundlage-Totorial-Reihe. Und heute wollen wir uns mal anschauen, wie wir hier in Fusion auf unserer Zeichenfläche die Raster-Einstellungen anpassen können, damit wir hier einfach und schnell und ohne Bemaßung solche Schublade-Einlagefächer konstruieren und vor allem im Layout anpassen können. Wie das funktioniert, schauen wir uns gleich gemeinsam nach dem Intro an. So, machen wir mal eine neue Konstruktion und damit wir noch die Anpassungen durchführen können, mache ich mal kurz hier die Raster- und Fangobjekte oder Objektfänge auf. Die finden wir hier im unteren Bereich, hier in unserem Ansichtsteuerungsmenü. Und da finden wir dann hier unter anderem auch die Optionen, wo wir die Entwurfsraster und das Rasterfang einschalten können. Und hier finden wir dann jetzt auch die Raster-Einstellungen. Da gehe ich mal da drauf und im Normalfall sind in Fusion, ist das auf Adaptiv gestellt. Das heißt, wenn ich jetzt weiter in die Konstruktion reinzoome, dann wird praktisch die Maße gröbber. Also sehen wir hier an der Dimension, die Dimensionen werden dann entsprechend größer. Und wenn ich weiter reinzoome, also praktisch das verkleinert, dann wird auch die Genauigkeit größer, wo ich dann hier einen Rasterfang benutzen kann. Wenn ich aber jetzt so Schubladefächer konstruieren möchte, dann sollte ich hier auf das auch fest umschalten. Deswegen klicken wir mal drauf. Und angenommen, ich mache jetzt so für Gridfinity oder ein ähnliches System, habe ich mir so einen Raster überlegt. Ich möchte zum Beispiel immer das hier auf Karos machen oder auf Quadrate machen mit 40 mm Kante Länge. Dann kann ich einfach hier den Hauptraster-Abstand auf 40 mm einstellen. Und in dem Fall, wenn ich jetzt immer das nur um 40 mm verschieben will oder auf dem Raster positioniere, dann sage ich hier die Nebenunterteilung oder die Unterteilung ist 1. Wenn ich zum Beispiel hier die 2 eintrage, dann haben wir das 40er Rastermaß auf insgesamt 4 Unterquadrate aufgeteilt. Das heißt, ich habe hier dann immer einen Fangpunkt bei 20 mm. So kann ich das entsprechend einstellen. So, mir reicht jetzt mal hier das mit der 1. Und dann fangen wir mal hier an, eine neue Konstruktion zu machen auf der Draufsicht. So, und ich erstelle mal hier einfach 2, 3 Rechtecke. Und dann machen wir hier zum Beispiel mal so eine Abteilung für L. Und hier machen wir mal noch einen kleiner. Hier nochmal einen großen. So, und jetzt habe ich hier schnell mein Layout mal gezeichnet. Gehen wir aus der Skizze raus. Wähle Extrudierer aus. Und dann können wir einfach hier mal das auf 40 nach oben schieben, dass wir da auch in dem Raster bleiben. So, die 40 eintragen. Wichtig ist, dass ich hier dann einen neuen Körper mache. Wenn ich jetzt die gleiche Funktion nochmal aufrufen will, hier natürlich zuerst wieder die Skizze einschalten. Und dann rechte Maustaste auf die freie Marchenfläche. Und dann kommt das Kontextmenü. Und dann kann ich hier die Extrusion gleich wiederholen. Wählen wir hier die nächste Fläche aus. Wichtig ist hier das Verbinden Aussteller auf neuer Körper. Machen wir mal hier auch die 40 Millimeter rein. Und das nächste. Wieder Extrusion. Und hier sagen neuer Körper. So, nochmal. Da machen wir jetzt bloß mal 20. Und hier auch wieder neue Körpereinsteller. Und dann können wir hier mal kurz, dass wir das auch sehen, entsprechende Farbe zuweisen. So, erster Körper. Zweiter Körper. Dritter. Vierter. Und dann können wir ganz einfach hier die Skizze wieder abschalten. Und mit dem Schalewerkzeug einfach hier mal kurz so eine kleine Box erstellen. So, dann haben wir hier entsprechend unsere Boxer. Wenn wir die jetzt natürlich verschieben wollen, dann sollten die natürlich hier auch entsprechend auf dem Raster ablegbar sein. Und dazu gehen wir hier wieder in unseren Objektfang rein. Den hier auf die Inkremente festlegen. Und die sind jetzt im Augenblick auch adaptiv. Das heißt, je weiter ich reinzoome, desto genauer wird es. Ich möchte aber das hier alles in den 40 Millimeter Raster haben. Dann stelle ich hier die lineare Inkremente auf 40 Millimeter. Und das Ganze soll sich nur um 90 Grad drehen lassen. Deswegen machen wir hier dann auch die Rotationsschritte auf 90 Grad. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel, wenn ich das jetzt hier anfasse, mit meinem Ändernwerkzeug, gehe ich hier mal auf den Eckpunkt ran. Und jetzt kann ich es über die Pfeiltaste entsprechend verschieben. Und hier dann auch die entsprechend auch rotieren. Und dann sehen wir, dass sich das hier gleich automatisch auf die 90 einrastet. Und jetzt kann ich das hier entsprechend neu positionieren, so wie ich das brauche. Kann es dann hier ablegen. Und dann rufen wir unser Ändernwerkzeug nochmal auf. Und schiebe das hier entsprechend ran. Wichtig ist, wenn ich hier über die Fläche das angreife, dann kann ich es wieder frei verschieben. Wenn ich es in dem Raster verschieben möchte, dann hier unbedingt wieder auf die Pfeile gehen. So möchte ich das Ganze zurücksetzen. Sowohl das Raster als auch das Inkrement. Gehe ich hier entsprechend in die Raster-Einstellungen rein. Stelle das wieder auf Adaptiv. Dann ist das wie standardmäßig auch. Und hier bei den Inkrementen auch. Dann kann ich das wieder freier verschieben und habe mehr Unterteilungen. Ja, viel Spaß beim Ausprobieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Cool. Cool.